Liebe Freunde des Rheingau Musik Festivals, Unser Festival wird in diesem Jahr stolze 33 Jahre alt und hat sich mittlerweile fest unter den führenden Kultureinrichtungen in Europa etabliert. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Tage der Gründung, die zaghaften ersten Schritte des Festivals und natürlich an die zahlreichen wunderbaren und unvergesslichen Konzertabende in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Viele dieser Erinnerungen sind dabei unzertrennlich mit den regelmäßigen Begegnungen mit Ihnen verbunden, den treuen und enthusiastischen Freunden, Besuchern und Partnern unseres Festivals. Ich hätte es mir zu keiner Zeit vorstellen können, dass ich eines Tages einmal hier sitzen muss, um Ihnen allen mitzuteilen, dass uns die Durchführung einer gesamten Festivalsaison verboten wird. Nun, genauso ist es aber in diesem Jahr 2020 gekommen und Sie sehen mich immer noch entsetzt, besorgt und zutiefst traurig, dass in dieser Festivalsaison keine einzige Note im Rheingau erklingen wird. Das 33. Rheingau-Musikfestival muss ausfallen. Die über 140 Konzerte, den einmaligen Spielstätten des Rheingaus und der gesamten Rhein-Main-Region hätten uns alle auch in diesem Jahr in ihren Bann gezogen. Präsentiert von den besten Musikern unserer Zeit und vielversprechende Nachwuchstalenten hätten wir uns von der Musik verzaubern lassen. All das wird nicht eintreten. Ich bin bestürzt, dass die Arbeit von vielen Jahren mit einem Schlag wertlos geworden ist. Das ganze Team des Rheingau-Musikfestivals, die über 20 Kolleginnen und Kollegen, arbeiten intensiv an jedem einzelnen Konzert, um diesem den einmaligen Rheingau-Charakter zu verleihen. Zum Teil sind es bis zu drei Jahre Planung und Umsetzung, die in den Konzerten stecken und die nicht einfach und unüberlegt an einen anderen Zeitpunkt verschoben werden können. Sie sind passgenau auf Datum, Spielstätte und thematische Konzeptionen geplant. Wir stehen aktuell vor einem Scherbenhaufen. Nicht nur in künstlerischer Hinsicht, sondern auch finanziell. Immer wieder habe ich betont, dass das Rheingau-Musikfestival stolz darauf ist, komplett privat finanziert zu sein und kaum eine Zuwendung von Seiten der öffentlichen Hand erhält. Das stimmt auch und gibt uns die nötige Flexibilität in unserer Planung und Spielraum neue und wunderbare Konzertvorhaben Jahr für Jahr für Sie umzusetzen. In dieser einmaligen Krisenzeit birgt es aber jetzt das Risiko, dass das Verbot einer ganzen Festivalsaison nicht einfach von uns finanziell aufgefangen werden kann. Sie ist vielmehr existenzbedrohend, da wir in diesem Jahr keine Einnahmen generieren können und ein Großteil unserer Kosten für Publikationen und Werbung schon angefallen sind. Das gesamte Festivalteam arbeitet bereits jetzt an der Fertigstellung der Festivalsaison im kommenden Jahr 2021. Auch diese Planung wird von der aktuellen Situation mehr als bedroht und muss in Frage gestellt werden. In diesen schwierigen Zeiten kommt es somit einmal mehr auf unsere treuen Festivalfreunde und Besucher an sowie auf unsere Partner aus der Wirtschaft. Ich appelliere an Sie. Zeigen Sie sich mit Ihrem Festival solidarisch. Überdenken Sie, ob Sie auf die Rückerstattung Ihrer bereits erworbenen Konzertkarten verzichten können. Überlegen Sie, ob Sie als Sponsor und Partner des Rheingau-Musikfestivals eine Möglichkeit sehen, die gemeinsame Idee von Kultur im Rheingau und der Rhein-Main-Region, unserer gemeinsamen Heimat, auch in so einer schwierigen Situation unterstützen können und möglichst eine Zusage für 2021 früh abgeben können. Auf unserer Internetseite finden Sie außerdem weitere Möglichkeiten der direkten Unterstützung in dieser Notlage. All dies ist notwendig, um kurzfristig wenigstens ein Stück weit Planungssicherheit zu bekommen und ein Festival 2021 in gewohnter Form präsentieren zu können. Lassen Sie mich noch kurz auf die Situation der Künstler eingehen. Viele der freien Musiker der kleineren Ensembles, aber auch teilweise große Orchester haben ähnliche finanzielle Probleme wie wir. Ihnen wurde mit dem Konzertverbot quasi die Lebensgrundlage entzogen, so wie uns. Ich versichere Ihnen, dass wir Teile der von Ihnen erbrachten Solidaritätsleistungen an die neu geschaffenen Künstlernothilfefonds weiterreichen, sobald wir absehen können, dass wir das Rheingau Musikfestival in diesem Jahr finanziell stabilisieren können. Letztendlich geht es um die Rettung der Kultur in unserer Region. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, dass ich mich mit diesen Worten und der Erläuterung unserer aktuellen Situation an Sie wenden durfte. Ich bedanke mich weiterhin schon jetzt herzlich für jede entgegengebrachte Hilfe und Solidarität. Einige von Ihnen haben dies bereits signalisiert, was uns hier alle tief berührt hat. Dafür herzlichen Dank. Liebe Festivalfreunde, passen Sie auf sich auf, kommen Sie gut und gesund durch diese schwere Zeit und bitte vergessen Sie uns nicht.